Mein Name ist Stefan Vöger vom gleichnamigen Einrichtungshaus Vöger. Ich habe mit meinem Cousin vor eineinhalb Jahren die Firma übernommen. Wir sind beide geschäftsführende Gesellschaft da. Mein Cousin ist für den kompletten Verkauf zuständig und ich bin im Background für Finanzen, Recht und Werbung zuständig. Die Gesellschaft ist sehr hektisch geworden und man braucht einen Rückzugsort. Und der soll dann so sein, wie man sich das vorstellt, ein Ort zum Wohlfühlen. Man sollte irgendwo schauen, dass man seine Persönlichkeit widerspiegeln kann. Also in meinen Augen wird dieser Rückzugsort, diese eigenen vier Wände immer wichtiger. Mein perfektes Haus sollte eine Symbiose aus architektonisch, modern sein, aber auch gemütlich. Es ist immer wichtig daran zu denken, dass man im Eigenheim auch leben und sich wohlfühlen kann. Und es sollte nicht alles zu geradlinig sein, trotzdem einen modernen Touch, aber diese Gemütlichkeit, diesen, wie soll ich sagen, Cozy Flair nicht zu vergessen. Wir streben immer in allen Bereichen, auch in finanziellen, eine Partnerschaft an, wo wir mit Leuten zu tun haben, mit denen man reden kann, auf denen man sich verlassen kann, die kompetent sind und die ähnlich denken wie wir, nämlich dass Qualität für einen Endkunden an vorderster Stelle steht. Reden wir über die passende Wohnraumfinanzierung. Jetzt Termin vereinbaren. Reden wir über die Hoffnung, die in einem Ende der Mannschaft von Hans Fr Yuken. Reden wir über dieéquationen.